Hast du jemals Schmerzen in der Hüfte gehabt, vielleicht sogar mit einer Arthrose gekämpft? Heute zeige ich dir mal einige Techniken, die dir sofortige Linderung bringen können. Lass uns etwas Licht in die Hüftarthrose bringen und vor allem, wie man auch diese Schmerzen dauerhaft loswerden kann. Denn die Hüftarthrose ist eigentlich nur ein Zustand, wo der Knorpel, das ist am Ende des Knochens am Hüftgelenk, was eigentlich Hüfte bzw. den Knochen schützen sollte, abgenutzt ist. Also wenn der Knorpel abgenutzt ist und der Knochen immer empfindlicher wird, dann entstehen die Schmerzen, die Steifheit und manchmal tatsächlich sogar Schwellungen. Durch gezielte Übungen, die wir jetzt gleich machen, kannst du die umgebende Muskulatur stärken und so den Druck vom Gelenk nehmen. Jetzt lass uns aber erstmal mit den Übungen anfangen und ich verspreche dir, du wirst dich danach super fühlen. Die Hüfte zu kräftigen im Liegen ist eigentlich so einfach. Wir fangen erstmal mit dem Gluten an, also der Gesäßmuskulatur. Dafür kann man drei unterschiedliche Intensitätsstufen machen. Liege dafür erstmal deine Beine so hin, dass sie leicht angewinkelt sind. Und wir wollen jetzt, in meinem Fall jetzt zum Beispiel, ich liege auf der linken Seite. Das bedeutet, ich kräftige jetzt die rechte Seite, also die obere Seite. Dafür lasse die Füße aufeinander, sodass die Knöchel sich berühren können. Und hebe jetzt einmal dein Knie an und lasse deine Füße zusammen. Dann gehst du wirklich bis zur letzten Bewegung und gehst wieder runter. Diese Bewegung hier, hoch und runter, die ist die eine Bewegung dabei. Hoch, halten, halten und runter. Mach das langsam, kontrolliert und achte dabei darauf. Das ist jetzt das Wichtigste an diesen ganzen Übungen. Dein Becken soll möglichst stabil dabei sein. Das bedeutet, wenn du jetzt hier hoch gehst und dein Bein nach oben ziehst, dann wirst du merken, dass dein Becken nach hinten abhauen möchte. Wenn ich jetzt hier der Bewegung folge, dann ist das gar kein Problem. Dann kann ich mich sonst noch bis wohin bewegen. Wir wollen ja aber hier ganz gezielt die Gluten kräftigen. Das bedeutet, dass deine Hüfte wirklich hier stabil sein muss und nicht abhaut. Und du wirst merken, das ist anstrengender, das ist härter. Dann gehst du wieder zurück und insgesamt zehnmal hintereinander mit Pause, dann nochmal, dann wieder Pause, dann nochmal. Also insgesamt drei sogenannte Sätze, insgesamt also 30mal, immer zehn, Pause, zehn, Pause, zehn, Pause. Die Steigerung hierzu wäre, dass du das Bein ausstreckst, machst einen langen Hebel damit. Der Hebel ist damit intensiver und wenn du jetzt das Bein seitlich anhebst und lang lässt dabei, dann gehst du wieder runter und wieder hoch. Das wäre dazu die Steigerung. Es ist schon anspruchsvoller, auch hier wieder, achte dabei darauf, dass du mit der Hüfte in einer Linie mit deinem Körper bleibst. Wenn du jetzt hier nach vorne hin abhaust, dann wird es einfacher, ungemein. Aber wir wollen es ja nicht einfacher haben, wir wollen es richtig machen. Ein wichtiger Punkt dabei. Seitlich, hoch, runter, wieder zehnmal, drei Wiederholungen, also drei Sätze. Die härteste Form davon, und die ist wirklich anspruchsvoll, da muss ich wirklich sagen, wer das kann, mit einer Hüftarthrose, ganz toll. Halte das Bein seitlich. Führe dein Bein nach hinten schon mal. Jetzt bist du hier schon mal in Vorspannung. Und wenn du jetzt nach oben gehst, dann ist das deutlich anstrengender. Du kannst dich auch, wenn du das auf deinem Sofa machst oder vielleicht sogar eine eigene Liege hast, dann kannst du das auch so machen, dass du dich hier ein bisschen festhältst. Achte dabei darauf, dass deine Hüfte stabil ist. Und wenn du hier in dem oberen Bereich arbeitest, dann ist das eine kleine Bewegung, aber die ist anstrengend. Und ich merke das jetzt auch schon, das ist wirklich eine anstrengende Bewegung. Langsam, kontrollierte, kleine Bewegungen. Gegebenenfalls mach es auch vorm Spiegel oder mit einem Partner oder einer Partnerin, die dich dabei gegebenenfalls auch kontrollieren und korrigieren kann. Wenn du dann wieder runter gehst, dann wirst du auch merken, was du geschafft hast. Wieder zehnmal hoch, zehnmal runter mit drei Sätzen wieder. Wenn wir es nun geschafft haben, die Gesäßmuskulatur zu kräftigen, dann kommen wir jetzt mal zur anderen Seite. Und zwar hier die Innenschenkelmuskulatur. Eine wichtige Muskulatur, ein wichtiger Gegenspieler dazu. Wenn ich jetzt auf der linken Seite liege, Achtung, dann trainiere ich auch die linke Seite damit. Das bedeutet, es geht jetzt um das untere Bein. Ich habe das vordere Bein nach vorne hin abgelegt, das siehst du ja. Es geht jetzt um das linke Bein, also dieses hier. Strecke das Bein aus, ziehe die Fußspitze ran und ziehe jetzt mal das untere Bein, also mein linkes Bein, jetzt mal nach oben hin und wieder runter. Wieder nach oben und runter. Achte dabei wieder darauf, dass du hier mit dem Becken wieder stabil bleibst, was ich dir eben auch schon gesagt habe. Dann nach oben und runter, insgesamt langsam kontrollierte Bewegungen, zehnmal drei. Also wieder insgesamt 30 Bewegungen. Das würdest du natürlich dann mit der anderen Seite genauso machen. Die Steigerungsform dazu ist, wenn du das Bein nach hinten legst, also dein oberes Bein, in meinem Fall rechtes Bein, jetzt nach hinten. Und wenn du jetzt das linke Bein hier nach oben bewegst, dann wirst du merken, das ist anstrengender. Das ist deutlich anstrengender so, als wenn dein Bein nach vorne gelegt ist. Strecke dein Bein aus, ziehe die Fußspitze ran und kontrollierte Bewegung nach oben und runter. Selbe Spiel hier, zehnmal drei, du kennst es mittlerweile. Also insgesamt 30 Wiederholungen mit zwei Pausen dazwischen. Nun wollen wir jetzt aber mal die Oberschenkelmuskulatur, also hier den hier kräftigen. Das machen wir in der Rückenlage. Eine hervorragende Technik ist dabei die sogenannte Spridging oder die Brücke einfach. Gibt es auch im Yoga oder in der Physiotherapie, ist das eine bewährte Methode. Bauspannung mit dem Bauch, Po und Oberschenkelmuskulatur auf. Also dein gesamtes Core, deine Körpermitte wird angespannt. Und wenn du nun so viel Spannung aufbaust, dann hebst du nun deinen Bauch, dein Gesäß an, kommst hoch und hältst die Position. Eins, zwei, drei, langsam wieder runter. Hierbei wird vor allem deine gesamte hintere Muskulaturkette, also Gesäßmuskulatur, Bauchmuskulatur, Körpermitte und vor allem auch deine Oberschenkelmuskulatur gekräftigt. Dann hier wieder nach oben, bilde eine Linie zwischen Knie, Schulter und Hüfte, dass eine gerade Linie entsteht, gehst langsam wieder runter. Wieder insgesamt 10 mal 3, ich muss es dir langsam nicht mehr sagen, insgesamt 30 Wiederholungen also. Anschließend, wenn das zu leicht für dich ist, kannst du das auch mit einem Bein machen, dass du ein Bein ausstreckst und das nur mit der einen Seite machst. Hoch, halten, runter. Passe natürlich die Intensitäten für dich immer so an, dass du sie selber gut umsetzen kannst. Es geht nicht darum, dass du es irgendwie machst, sondern wir wollen es sauber und kontrolliert machen. Es geht nicht darum, dass wir es Hauptsache hinter uns haben, sondern natürlich wir machen es für uns selber. Und wenn wir es falsch machen, aber einfach nur, damit wir es mitmachen, dann bescheißen wir uns einfach selber. Deswegen achte auf dich selber, du machst es für dich. Also sauber, kontrollierte Bewegungen. Und die letzte Form, die machen wir im Vierfüßler. Um die Handgelenke zu entlasten, kannst du dir etwas unter die Hände legen. Und im Grunde genommen geht es nur um die Bewegung, dass du jetzt dein Bein ausstreckst, nach hinten und hältst deinen Oberkörper dabei aufrecht. Schau nach unten, halte deinen Rücken stabil, zieh deine Fußspitze ran, strecke dein Bein aus. Dann führst du es wieder runter. Und das Schöne ist, hier können wir es auch abwechselnd machen. Linke und rechte Seite im Wechsel. Jetzt haben wir nochmal die händere Beinmuskulatur mit drin. Also du hast wirklich damit ein komplettes Umfang von Oberschenkelmuskulatur. Alle Seiten, alle vier Seiten hast du davon mit drin. Bei dieser Bewegung, ich glaube, ich muss dir wirklich nicht sagen, wie häufig du das machen sollst. Zehnmal Wiederholungen, also zehn Wiederholungen mit drei Sätzen. Insgesamt also 30 Mal. Immer nach zehn Mal, immer eine kurze Pause machen. Und das sind hervorragende Übungen. Gerade wenn man zu Hause, da haben wir nun mal keine Trainingsgeräte. Hiermit aber können wir unsere Muskulatur um das Bein stabilisieren. Wir können sie kräftigen. Und das ist eine hervorragende Methode dafür. Probiere es aus. Dein Körper braucht diese Zeit. Er braucht Zeit, um sich anzupassen. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist gar kein Problem. Gebt ihm auch die Zeit und sei konstant dabei. Nur über die Konstanz werden wir es überhaupt schaffen, Muskulatur zu kräftigen. Unsere Muskulatur um das Gelenk auch zu stabilisieren. Und ich habe etliche Patienten jetzt schon dabei betreut, dass sie gesagt haben, nach zwei Wochen. Herr Lorenz, meine Rückenschmerzen, meine Knieschmerzen, meine Hüftschmerzen sind so viel besser. Ich habe gedacht, dass ich operiert werden muss. Aber mittlerweile durch Dehnen, durch Kräftigen und durch eine angepasste Ernährung ist es so viel besser geworden. Und das möchte ich dir damit vermitteln. Dieser Kraftteil ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn du dazu noch eine gepassene Routine für die Dehnung benötigst, dann schreibe es gerne in die Kommentare oder auf, was man dabei beachten sollte, um Gelenke durch die Ernährung gesund zu halten. Wenn dich das interessiert, schreibe es gerne in die Kommentare. Abonniere gerne meinen Kanal für mehr solche Informationen. Ich wünsche dir alles Gute. Ein paar wundervolle Tage. Bis dahin, dein Nied.